Nur einen Tag nach dem Tod von Richard Lugner gab seine Ex-Frau Mausi eine Pressekonferenz. Ganz in schwarz erschien Christina Mausi Lugner am Dienstag, 13. August, zu der von ihr einberufenen Presskonferenz im Wiener Strandcafé. Die Tränen musste sich die Ex-Frau von Richard Lugner immer wieder aus dem Gesicht wischen, ihre Stimme blieb leise. Schnell möchte sie den Termin hinter sich bringen. Durch diese Zeit bringt mich ein Fläschchen Passedan-Beruhigungstropfen, erzählt sie im Gespräch mit heute. Angesprochen auf die bevorstehende Beerdigung gibt sie sich bedeckt, zur Beerdigung gibt es noch keine Infos, die Details werden noch mit der Familie besprochen. Die Familie, ist das, was jetzt für die sonst so fröhliche Unternehmerin, an erster Stelle steht. Die Familie hält stark zusammen. Gestern hatte ich Kontakt zu Simone, so Mausi. Dann erinnert sie sich an ihren Ex-Mann Richard Lugner, der am 12. August laut ihren Angaben friedlich eingeschlafen ist, er war wieder liebe Augustin. Er hat sich nie beklagt. Er hat alle Probleme angenommen und Lösungen erarbeitet. Nach der Trauer wird alles geregelt. Auch über die Nachfolge des Baumeisters spricht sie. Die dankbar ist sie für die Zeit, die Lugner mit seiner Tochter hatte, dass Richard seine Tochter Jacqueline 30 Jahre begleiten konnte. Er hatte damals Angst, dass er früher sterben und sie nicht aufwachsen sehen würde. Er hat sich nur noch eine See-Mann.